A one, a one, a one, two, three. Hier ist Professor Dr. Uwe, der sozusagen gerne die Frage beantwortet, was das Weihnachtsfest bedeutet. Ja, heißt sozusagen auf Deutsch gesagt, zu Weihnachten wurden immer Kerzen angemacht. Kerzen sind sozusagen Lichter, die sozusagen durch Verbrennung, ja, durch Verbrennung, Sauerstoff verbrauchen. Dadurch, dass es kalt war und die Fenstertouren, waren die Räume immer sehr unter Sauerstoffmangel. Deshalb mussten die Menschen mehr ein- und ausatmen. Sozusagen das Weihnachtsfest der Luft, das ein- und ausatmen. Das wusste ich doch gar nicht. In welchem Buch steht denn das eigentlich drinne? Im Buch der fleißigen Bauernschreiberlinge. Das war's, das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's. Vielen Dank.